ja damit herzlich willkommen zurück zu sie sind zwei was macht man denn heute island das wäre eine coole mission die ist böse die mission okay dann machen wir sie doch heute sind ja nur 700 meter hier müsste doch noch entspannen noch entspannte 700 meter ja meinte okay ich bin jetzt tatsächlich wirklich kippel ist eine propaganda sendung irgendwo müssen die hier vorne doch okay so viel zum thema wir kriegen sie heute noch hin jene mal den ja was steht auf mich das mag ich nicht der komische top ist da okay wenn man lmg wieder nachladen warum auch immer und ihr so vorgang angehalten vorgang vorgesetzt okay das ist nicht mehr so viel ja doch was von rechts und das für so ein bisschen haben wir mal 14.000 erfahrungspunkte bekommen ja warum nicht so die sind auch wieder gegner lmg schausschützen gewehr mit zielfernrohr das ding verzieht so ekelhaft einfach nur die ganze zeit im zielfernrohr so mal gucken ob du eine mod drauf kriegst mit präzision ja das klappt eigentlich bei rainbow six sehr gut mit dem lmg wenn du da einen schalter mv drauf knallt dann hat sie eigentlich ein präzises gewehr dann hält das ding eigentlich ziemlich stabil gut weiter geht's schon wieder das stimmen auf sich frei genau die brücke müssen wir hier lang ja der kontrolpunkt ist da unten komm wir machen den einfach kurz kontrolpunkt zack auch hier oben um auch oha ohne ressourcen konvers hier auch noch und gerade gleichzeitig beides schwer gepatzelter feind erkannt hier nimm die aber war der denn noch äh wollten die gegner gestanden da vorne zwei auch ach ich wollte ich doch ja die kompabilen drumherum aufräumen auch weg hier alle sich nachladen schlammtypen noch bei mir dann hier ich bleib schon da vorne auch beim baum ja ich habe gerade verstärkung gerufen deswegen der Rest von schützen fest da vorne ich muss jemand runter nehmen von mir der Waffe die ist das scheiße moment ich muss das Zielfernrohr rausnehmen was hat das für ein Attribut das Zielfernrohr 35% Kopfschulschaden und 10% minus 10% nachladetempo also so bringt ich gehe lieber auf Präzision Präzision so zack drauf das LMG lebt ja sowieso schon ewig nach und dann nochmal 5% länger schon besser viel besser eigentlich ich bin schon kein Scharfschützer dann mit dem LMG was du mega verzieht mit dem Scharfschutzgewehr zu arbeiten nee das ist absolut nicht meins jetzt kann ich ein bisschen bin ich ein bisschen besser cool mit 100 Schuss ne oder 80 oder die Fähigkeiten ja 100 oder mehr glaube ich versuche ich zumindest Vorsicht Kabums der war weg das ist schon so viel angenehmer zu arbeiten gerade Taxi Friedhof eingenommen sehr cool und da unten ist ein Vorratsraum genau der Blutraum Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet so viel Luft jeden Tag Weihnachten hm hier schwebt ne Waffe jetzt nicht mehr ah weg so Kontrollpunkt Officer benötigt warte mal den machen wir kurz neben wir kommen absolut zurecht wir knallen was er braucht ja oh tschüss so auch fertig wir sind versorgt so der hat auch sein Zeugs gekriegt wo der Kontrollpunkt Officer hat sein Zeugs ja wunderbar alles da wo seid ihr alle? wo seid ihr alle? ist das ein Feind noch? oder was? was ist das hier? ja kannst du knicken brauchen wir nicht und genau wie den scheiß brauchen wir auch nicht gut hast du einen kleinen Raum da links vorne hier ist nämlich noch eine Waffenkiste ich glaube ich habe hier alles raus gelootet in dem hier ja 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 alles eigentlich da ist es ja gut wieder die Welt ein Stück sicherer gemacht durchaus das soll es sehen wird ganz gut ganz gut genau aus Vielen Dank. So. Gut. Dann würde ich sagen, wir mal als nächstes, ja, vielleicht mag ich jetzt nicht, wo es wieder einmal angeht.